32 Knoten, Crosswind, das macht nach meinen Berechnungen. Oh nein! Oh Gott, das war die kürzeste Landebahn, auf der ich jemals gelandet bin. Dafür ist sie auch 2000 Meter breit. Das mit dem Rechnen übernehmen wir gerne für Sie. PSD Bank, starten Sie jetzt durch mit unserem Girokonto. Das mit dem Rechnen übernehmen wir gerne.